Hallo zusammen, ich bin jetzt seit gut vier Wochen hier auf Kiribati, auf einer Ausseninsel, die heisst Abayang. Was mich wirklich fasziniert auf dieser Insel, das sind die freundlichen Menschen, einfach das Lachen der Kinder und natürlich die Kokosluss. Ein einfaches Leben, inmitten der Natur, voller Ruhe und ganz viel Freude, Freude am Zusammensein, Freude an kleinen Dingen, Freude am Leben. Ja, diese Menschen, diese Insel hier in der Südsee, die sind schon unglaublich tief in meinem Herzen. Es ist einfach nur schön und es tut unglaublich gut, an die Einfachheit des Lebens erinnern zu werden. Was es wirklich geht, nämlich um die Freude, die Freude hier zu sein, die Freude lebendig zu sein, Die Freude am Leben zu sein. Dieses Video ist eine Erinnerung für dich, damit du heute mit deinem Lächeln durch den Tag gehst. Ich frage dich, was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Was macht dich lebendig? Was bereitet dir Freude? Was macht dich lebendig? Dann geh los und mach es! Smile, relax and attack! Tschüss!